Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Ich stelle dir hier ganz kurz und kompakt die verschiedenen Wege, Formen dir ein passives Einkommen zu generieren. Und ja, heute möchte ich mit dir kurz über Peer-to-Peer-Kredite sprechen. Dafür schmeiße ich jetzt meine Stoppu an. So, und werde dir innerhalb der nächsten 60 Sekunden erklären, was das ist. Peer-to-Peer-Kredite bedeutet, dass man von Mensch zu Mensch Peer-to-Peer-Kredite verleiht, also nicht über eine normale Bank geht, sondern über eine sogenannte Peer-to-Peer-Kreditplattform. Als Kreditgeber gebe ich also zum Beispiel 100 Euro an eine Peer-to-Peer-Plattform und diese 100 Euro werden aufgesplittet in 10 kleine Kredite a 10 Euro, beziehungsweise der Kredit kann auch 1.000 Euro sein, aber 10 Euro von diesen 1.000 Euro gebe ich mit meinem Kapital herein und das splittet diese Plattform so auf. Das bedeutet aber auch, dass ein sehr hohes Risiko damit verbunden ist, weil es Privatkredite sind, die nicht über eine Bank abgesichert sind. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass du sehr attraktive Renditen einfahren kannst. 10% sind dabei durchaus völlig im Rahmen des Normalen und du brauchst auch keine weiteren Skills, außer, dass du dein Kapital über diese Plattform zur Verfügung stellen musst. So genau funktionieren Peer-to-Peer-Kredite. Denk daran, es gibt ein relativ hohes Risiko. Mach es nicht mit deinem letzten Geld, sondern nur mit Risikokapital. Wir haben eine Minute und acht, als du geschafft. Wenn du mehr über Peer-to-Peer-Kredite erfahren möchtest oder dich weiter informieren möchtest zu anderen Geschäftsmodellen, um dir ein passives Einkommen aufzubauen, dann begrüße ich dich hierherzlich in meinem Orientierungscoaching für passives Einkommen. Da habe ich all das Wissen, was ich in den letzten zwei Jahren in der Arbeit mit deutlich über 100 Experten sammeln durfte, für dich zusammengefasst und stelle dir in drei Wochen all die Modelle vor, die es gibt, sodass du nach drei Wochen einen genauen Überblick darüber hast, mit was du sinnvollerweise starten möchtest. Dafür treffen wir uns zweimal in der Woche zu einem Gruppencoaching und jeder, der im Coaching ist, bekommt auch noch ein 1 zu 1 Gespräch mit mir on top, sodass wir uns deine persönliche Situation auch nochmal ganz genau anschauen können. Falls du Lust drauf hast, freue ich mich sehr. Ich habe den Link hier unten für dich hereingeschrieben und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.